Ne willst du nicht? Ne Bio Ok Post Auf gehts Meinen Hier du kannst doch mit Kartoffeln irgendwie Mana herstellen ne? Ja Was kann man machen? Mana Krass Da kriegst du irgendwie... Achso Das ist ein Rezept aus Kartoffeln kannst du Karotten machen mit Mana Was ich verstehe das eh nicht Ich auch nicht Soll Centus machen Der schießt mir an das zu Boah ihr verfickten Mistficher hier jetzt Ob denn? Jetzt geht er ab Jetzt geht er ab Ja die ganzen Zombies geh mir grad wieder voll auf den Sack Hast du ne Schaufel und noch Fackeln? Ne ich hab meinen Spitznack aber oben vergessen Ich bin jetzt wieder tot Ich hol mir ein paar Blaubeeren Hast du Futter genug? Ja ich hab irgendwie 4 Stacks Saft dabei oder so Warum so viel noch? Das war noch als ich den Loop einmal auffuhl Könnt ihr mal schlafen gehen werden? Können wir grad... Also wir gehen jetzt gleich in die Mine rein Was schön für euch Ja dann bau dir doch ein Haus da hinten oder so Ich geh jetzt... ich leg mich jetzt hin ne? Ja ich auch Gehen wir am selben Bett Kann das sein? Naja... Naja ich glaub nicht Ich hab 5 Zombies hinter mir ja Ja dann... Bau dir doch ein Haus da schnell oder ne Kuhle oder was weiß ich Du hast... Du hast 5 Wanderflammen hinter dir Warte ich Warte ich So 31 Saft reich glaub ich Auch mehr Kisten Ich bin auch zu geil von diesen Skeletten wenn die voll... wenn die Rücken zu dir stehen aber die dich trotzdem treffen Ähm... Ähm... Sticks 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 Da 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 Sind sie viel größer als vorhin Oh fuck Äh... Schmeiß sie irgendwo rein jetzt Ist egal Nimm Lenny's Kiste 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 Mhmmm Ihm... Da papier Nimm Lenny's Kiste Kein.. Ach so das Swabba hast du ja Verbraucht, ne? WALLE supposedly Swabba Neee... Nicht alles Müst dein nur irgendwo rumgammel weh Ich bastante Ich habe da hinten noch... Entis 진 Mü mHm David Ich meine oh... eh zum considerable Kein Okay, ich sag jetzt nix wie viel er drum beschweren. So schlimm das voll zu kriegen, nein, okay. Okay, ich hab jetzt 58 Fackeln, brauchst du jetzt auch noch welche, oder wie? Ne, ich geh immer ohne Fackeln, meine. Okay. Fackeln. Ich habe... Schaufel, ich hab Schwert, ich hab zwei Spitzhacken, die reichen eigentlich. Schwert ist in der Mine eigentlich unnötig. Ja, wench hab ich jetzt auch mit. Yolo. Ja, was brauchen wir denn? Ne Turtle vielleicht noch. Ja, der soll erstmal ein bisschen Holz herstellen. Ich hab übrigens das Fuel Limit in der Config mal hochgedreht. Auf. Ich hab zwei Nullen angehängt. Okay, das reicht. Was machst du da grad für Geräusche? Gehen wir hier rein? Ja. Ja. Du da? Warte. Obwohl, hier, guck mal hier ist schon ein Gang. Ja, der ist von mir. Okay, dann übernehme ich den Gang. Da musst du. Einer hat mich frei. Ja, nimmst du den, ne? Ja. Okay, wir nehmen alles mit, was wir finden können. Mhm. Oha, nimm. Ja, mitnimm. Tin. Ah, Tin ist gut. Oha. Oha, Eisen, ja. Oha, Eisen, ja. Deswegen. Ich bin das schon gewohnt mittlerweile. Glaub ich dir nicht. Doch. Meinst du wie das drüben abgeht? Da wird geschmatzt, da wird gerülpst. Oh, ich hasse Menschen die schmatzen, Alter. Unter Menschen. Äh. Das kann dir nix dafür. Dein Headset ist so sensibel. Ja, okay. Dann denke ich, ich verstehe. Aber wir wünschen sich wie Lenny. Nein, nein. Der macht das nicht extra. Der ist... 58. Ja. 58. Haben wir nix für normale Pilze? Die braun? Nein. Oder wühl mal bei Lenny ein bisschen hinten rum. Vielleicht wird sie da bei braune Pilze. He, he, he. Alter Spinner. Was denn? Braucht das für die Erdwohne? Ja, dann such. Ja, da sind doch zwei. Verluchte findet. Warum hab ich eigentlich so viel Erz hier? Du bist viel weiter vorne als ich. Oh, die ganze Zeit Erze. Oh, da ging ne Spitzhacke kaputt. Hm. Oh, ein Anpis. Ein Anpis. Gebrochen. Ähm. Hm. Silva. Wo sind denn die rum da? Werden? Zwei davon. Alles mitnehmen, haben wir ein bisschen Cobblestone noch. Oh. Ein Stein. Oh nein. Alles. Scheiß Viecher. Oh, schon wieder ganz viel Kohle. Ah, so ist das Befriedigen wenigstens. Oh Mann, das läuft in Ruhe. Befriedigen? Ja, das ist Delos. Wir haben was geschaffen da oben. Ja, klar. Das ist das Jews Imperium. Warum weißt du, was toll ist? Ich hab schon gesehen, wie das da rumwandert. Ja. Oh, und die werden jetzt zweistöckig. Und wir müssen uns um nichts kümmern. Ich wanderte die ganze Zeit im Kreis. Vielleicht noch drei so eine Geraden. Ja, wir können auch einen 8er hinsetzen. Eins, zwei. Oh, kommt. Ich will nicht wissen, wie der den Juice dann durchhaut. Eins. So. Auf damit. Eins, zwei, drei. Oh, Diamanten. Cool. Dann brauchen wir einen Stein. Und? Zwei Stück. Drei? Zwei. Okay. Dann haben wir jetzt 8er. Dann einmal. Wir brauchen, glaube ich, schon 8 für das Gear, ne? So. Was? Boah, das... Wie viele Gears bauen wir denn? Warte, ich komm mal. Äh, zwei Dia-Gears. Okay, und ne Dia-Spitzhacke, ne? Hm. Query. Ja. Zwei Maßen. Elf, zwei. Äh, sind elf Stück, ja. Dann fehlen jetzt noch drei Stück. Gold haben wir, finden wir auch noch genug. Eisen brauchen wir viel. Oh, 20 Stück. Boah, das dauert ja jetzt ein bisschen. Dafür hab ich noch ein Programm. Ja? Ja. Ja. Das sieht ganz super aus. Aber die Neuen weiß ich nicht, wie die funktionieren. Weil die können irgendwie sich verbessern, oder so. Kraft. Hm. Gibt's jetzt neue Sachen. Wie gesagt, ich hab ewig keine Modpack gemacht. Oh. 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 Oh, wie weit bist du denn vorne? Was ist denn bitte für ne Spitzhacke? Eine Safi. Der Botania-Mod ist so geil, ne? Was für eine? Eine Saphir. Der Botania-Mod. Okay, ich auch. Ich hab aber so viel Erz noch hier. Fuckin. Ah, jetzt hab ich gravel. Oh. Weißt du, was schlimm ist? Ich lauf hier im Verwandt, denkst du, das hat bestimmt WTF abgegraben? Nein, das ist genau zwischen unseren Wänden. Mhm. Tja. Ach komm, mach du da oben deine Pflanzen. Du grüner Daumen. Ganz nein. Wir machen uns hier dreckig für die Arbeit hier. Ach, roll doch. Ja. Du machst halt ja das Leben schön mit grünen Pflanzen. Jetzt wollen wir Halluzinogen da auch, ne? Aha. Komm, das kleine Stück fehlt doch nur noch. Oh, dann kann ich gleich eine Claypflanze machen. Nur noch einmal ziehen. Komm. Komm. Hopp. Komm. Auch noch ein Herz. Jawohl. Ferros. Riven. Hm. Komm. Komm. Eine Mackie Schuss noch. Was ist das? Ah ja. Komm. Komm.